Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Carina Schimmel und heute habe ich keinen Gast für dich. Heute wirst du die Zeit nur mit mir verbringen und ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Denn ich habe mir vorgenommen, die letzten Folgen des Jahres und wahrscheinlich auch noch eine oder zwei Folgen des neuen Jahres alleine zu machen, ohne Gäste. Denn ja, ich habe es einfach beschlossen, ist mein Podcast, darf ich? Die heutige Folge möchte ich ein wenig dafür nutzen, ein Resümee zu ziehen für den Podcast, denn mein Podcast wird nächste Woche ein Jahr alt. Ja, ist das nicht toll? Ja, schon so ein großes Baby. Und ich möchte dir aber auch ein bisschen etwas davon erzählen, wie es dazu gekommen ist, ihn zu starten, auch wenn ich es in der Folge 0 schon angerissen habe. Ich will dir ein wenig mehr dazu erzählen, denn es gibt tatsächlich eine Geschichte dahinter. Und diese Geschichte dahinter, die passt auch zu dem wunderbaren Gedanken, den ich dir heute mitgebracht habe. Und zwar lautet dieser wunderbare Gedanke, was ist mir wirklich wichtig? Und ja, du hast vollkommen recht, das ist kein einfacher Gedanke, es ist eine Frage. Und diese Frage ist entstanden im letzten Jahr, genauer gesagt im letzten Jahr Oktober. Und zwar ist da eine ganz liebe Freundin von mir und von meinem Mann gestorben und sie war wichtig. Und sie war jung und bevor ich weitererzähle, es kann durchaus sein, dass ein paar Tränchen kullern, ja, nur, dass du vorbereitet bist. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass es für uns einfach ziemlich, ja, also es war ein ziemlich heftiger Moment, das überhaupt zu erfahren. Und ja, sie war krank und ja, wir wussten, dass es passieren kann, irgendwann. Und keiner dachte, dass dieses irgendwann so schnell kommt. Und das hat uns, mich und auch mein Mann auf jeden auf seine Art so ein bisschen aus der Balance gebracht. Und bei mir hat es diese Frage hinterlassen, was ist mir wirklich wichtig? Und mit dieser Frage bin ich, bin ich weitergegangen und habe geschaut, ohne irgendetwas zu tun. Ich habe es einfach nur gelassen. Ich kann es nicht wirklich anders ausdrücken in Worten. Ich habe wirklich wochenlang, wochenlang auf unserem Sofa gesessen und habe gewartet. Ich habe gewartet, dass irgendein Impuls kommt. Denn ich wusste, so wie es gelaufen ist, kann es nicht weiterlaufen. Aber ich hatte auch keine Antwort, wie es anders weiterlaufen sollte. Und ich hatte diese Frage, was ist mir wirklich wichtig? Und ich hatte diesen tiefen Wunsch in meinem Herzen. Und ich habe ihn mit jeder Faser meines Körpers gespürt, dass ich nur noch mit etwas weitergehen will, was mir wirklich wichtig ist. Und dann kam eins zum anderen und es wurde ein Podcast-Workshop angeboten von der Sarah Schäfer, die auch schon hier bei mir im Interview war, und der Julia Meder. Die beiden hatten zusammen den Eigenstimmig-Podcast, in dem sie mich auch mal interviewt hatten. Und dann bin ich zu denen gefahren und habe gedacht, hey, Podcast willst du schon so lange machen? Also wirklich schon ganz, ganz zu Beginn meines Online-Daseins, wusste ich, dank Gordon Schönwälder, der auch im nächsten Jahr übrigens in meinen Podcast kommt, dass ich einen eigenen Podcast haben möchte. Hatte bei Gordon sogar schon einen Workshop gemacht, aber er ist irgendwie nie auf die Welt gekommen, dieser Podcast. Es war einfach noch nicht die Zeit. Und als ich dann diese wunderbare Frage hatte, was ist mir wirklich wichtig, war der Moment gekommen. Und ich bin dahin gefahren, in die Pfalz. Und wir haben geschaut, was soll es denn für ein Podcast werden? Denn eins wusste ich, ich wollte auf gar keinen Fall irgendeinen Podcast haben, obwohl ich das ganz großartig finde, wenn das jemand macht. Ja, also ich will, das soll jetzt nicht irgendwie, ich möchte niemanden angreifen, das soll auch nicht despektierlich klingen. Aber ich wollte nicht so einen, ich zeige mich noch mehr als Experte-Podcast haben. Das wollte ich einfach nicht. Und Sarah und Julia haben das so schön mit mir herausgefunden, denn mir ging es gar nicht darum, irgendein Thema in die Welt zu bringen. Ganz im Gegenteil. Sondern ich wollte etwas in die Welt bringen, was die Menschen in ihrem Inneren berührt. Ich wollte diesen innersten Kern ansprechen, den jeder Mensch in sich trägt. Und es berührt mich heute noch genauso wie damals, als wir es herausgefunden haben. Das war mir einfach nur wichtig. Und ich bin dort weggefahren mit diesem Wissen, genau das möchte ich ansprechen, aber ohne auch nur eine Idee, wie ich das machen könnte. Also saß ich wieder auf meinem Sofa und habe gewartet. Und irgendwann kam der Gedanke zu mir, ich könnte doch einen Podcast machen für wunderbare Gedanken. Ähnlich wie es bei, na wie heißt der Film? Peter Pan, genau, Peter Pan. Der zweite Teil von Peter Pan, nicht die Zeichentrick-Version, sondern die mit Robin Williams, heißt er glaube ich, Willis? Williams. Wo er erwachsen ist und zurückkehrt ins Nimmerland und er aber nicht mehr fliegen kann, weil er vergessen hat, wie es geht. Und die verlorenen Jungs sagen zu ihm, Peter, du brauchst nur einen wunderbaren Gedanken. Und sein wunderbarer Gedanke damals war, er ist ein Daddy. Ja, das hat mich, hat mich erfüllt und ich habe einfach losgelegt. Ich habe, ich glaube es war der 21. Dezember, ich habe die Folge 0 aufgenommen, habe sie online gestellt und war total beseelt für das Jahr, denn ich wusste, das ist mir wirklich wichtig. Und damit gehe ich in das nächste Jahr. Und dann habe ich ein paar Folgen aufgenommen im neuen Jahr und habe so ein paar Dinge geteilt und habe aber gemerkt, nee, das ist es noch nicht. Und irgendwann kam der Moment und das erste Interview kam mit Jester, Jester Phoenix. Ich habe sie getroffen im März diesen Jahres und hatte den Impuls, sie zu interviewen und habe gefragt, du, Jester, was meinst du, hast du Lust auf ein Interview mit mir über einen deiner wunderbaren Gedanken? Und Jester sagte, ja, sofort, auf jeden Fall, auf wunderbare Gedanken habe ich Lust. Und in dem Moment ist, ist das Feuer in mir entstanden, als ich das Interview mit Jester gemacht habe und ich wusste, genau das ist es. Das ist die Richtung. Ich wollte immer schon ausschließlich mit Menschen in Kontakt sein, mit Menschen sprechen. Ich wollte sie kennenlernen, ich wollte erfahren, wie sie denken, wie es in ihrer Welt aussieht, sozusagen. Und mit meinem Podcast hatte ich das beste Medium dazu. Ich konnte plötzlich diesen Raum zur Verfügung stellen, indem ich mit den Menschen gesprochen habe über einen ihrer wunderbaren Gedanken. Und ich habe Einblick bekommen darin, wie sie denken, wie sie fühlen, was ihnen wichtig ist. Und ich konnte gleichzeitig dadurch etwas in die Welt geben, nämlich diese ganzen wunderbaren Gedanken. Und jeder dieser wunderbaren Gedanken hatte das Potenzial, deinen inneren Kern zu berühren. Und ich habe so sehr gespürt, dass das wichtig ist. So sehr gespürt. Und das hat mich erfüllt und getragen durch das ganze Jahr. Und das war so lustig. Ich habe häufig die Frage bekommen, und bringt der Podcast dir denn auch Kunden? Und ich war immer total irritiert erst mal über diese Frage, denn dafür ist er nicht gedacht gewesen. Natürlich darf er. Also wenn du dich angesprochen fühlst, bitte komm, ja? Aber nicht nur wegen dem Podcast, sondern komm einfach so, weil du es fühlst. Dieser Podcast war nicht dafür gedacht, für mich etwas mir zu holen in Form von Kunden. Dieser Podcast war gedacht, um etwas zu geben, um der Welt etwas zu geben da draußen, um dir etwas zu geben, deinem Herzen. Dafür ist er wichtig. Und wie du ja weißt, ich wollte nur noch Dinge in die Welt bringen, die mir wirklich wichtig sind. Ja, und auch mir hat dieser Podcast viel gegeben und geschenkt, ohne dass es jetzt irgendwie in die Marketingrichtung ging. Mir hat dieser Podcast einen Weg geschenkt. Einen Weg, noch mehr zu mir zu kommen. Noch mehr das zu geben, was wirklich meins ist und was wirklich in meiner Kraft steht. Und zwar ist das, den Menschen einen Raum zu geben. Und Nathalie Schnack hat das mal ganz schön zu mir gesagt. Ihr Interview war tatsächlich eines der persönlichsten Interviews, das sie je gegeben hat und auch eines, das ich je geführt habe bisher. Und dafür bin ich ihr nach wie vor unendlich dankbar und dafür liebe ich sie so sehr. Sie sagte danach, Carina, diesen Raum, den du gibst dafür, der hat was, ja, dass die Menschen sich so öffnen können. Und das ist es, weißt du, das ist wichtig. Das ist so wichtig, einfach nur einen Raum zu haben, in dem ich ich sein kann und du du sein kannst. Weißt du, was ich meine? Das ist die Magie. Das ist für mich die wahre Magie des Seins. Und es geht gar nicht darum, dass ich dir etwas beibringe in diesem Raum oder du mir etwas beibringst in diesem Raum, sondern in dem ich ich sein kann und du du sein kannst, lernen wir voneinander. Wir lernen voneinander und wir lernen über uns. Ich sehe mich in dir und du siehst dich in mir. Und das ist für mich echte und wahre Magie. Und wir können uns auf diese Art und Weise auf so ehrliche und authentische Art begegnen. Auf Herzensebene, sagt man ja immer so schön, oder auch auf Seelenebene. Ja, denn, und das wirst du wahrscheinlich schon gemerkt haben, wenn du meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, weder ich noch die Menschen, mit denen ich spreche, versuchen, irgendjemand zu sein, irgendein bestimmtes Bild zu geben und zu schenken. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist nicht nur wichtig für mich und für meine Welt. Ich glaube, das ist wichtig für dich und für die ganze Welt, für die gesamte Welt. Denn dieses Ganze, ich zeige, wer ich bin und stelle mich dar und darf aber dann wiederum nicht das Gesicht verlieren. Ich glaube, das hat ein Stück weit mit dafür gesorgt, dass wir als Gesellschaft an der Stelle stehen, an der wir stehen. Anstatt einfach mal offen zu sein und zuzugeben, dass ich Grenzen habe, dass du Grenzen hast, dass wir nie mehr geben können, als das, was wir sind. Aber im Umkehrschluss, dass wenn wir genau das geben, was wir sind, wir, dass unseren gesamten Reichtum, der in uns ist und ruht, der Welt zur Verfügung steht. Ich habe in diesem Jahr auch angefangen, schrägstrich weitergemacht mit einer Bucheidee, die vor der Hochzeitsreise ist sie zu mir gekommen. Und der Arbeitstitel lautet Findus, ein Gedanke auf Abwägen. Und Findus ist ein kleiner Gedanke, der nicht einfach irgendwie eingeteilt werden möchte als Gedanke, der er dann sein soll in der Welt, in der er lebt. Sondern Findus möchte selbst bestimmen, was für eine Art von Gedanke er sein möchte. Und um das natürlich mit Sicherheit herauszufinden, möchte Findus erst mal die Welt kennenlernen, in der er lebt. Und wir verstehen uns richtig, ein Gedanke und die Welt kannst dir vorstellen, was das dann ist. Und so zieht er los und er zieht durch viele, viele Länder. Er zieht durch das Land der Einöde, was ziemlich grau ist und fast versteinert, wo er feststellt, dass dieses Land früher das Land der größten Kreativität war. Alle Dinge, die die Gedanken sich gedacht haben, wurden sofort Realität. Aber irgendwann ist die Welt zu stark mit anderen Welten in Kontakt gekommen und diese Kreativität hat immer mehr nachgelassen. Er zieht weiter und kommt zum Beispiel auch in das Land der bunten Bilder, wo die Gedanken, die dort leben, ganz viele Bilder malen und manche leuchten und strahlen ganz hell. Aber die meisten davon sind eher dunkel. Und die dunkleren sind größer als die hellstrahlenden. Und Findus fragt sich, warum das so ist. Und er erfährt von einer Gedankin dort, dass je mehr die eigene Welt in Kontakt mit den Außenwelten gekommen ist, desto mehr unsichere Gedanken wie Angst sind dazugekommen. Und die Zukunft, die in diesem Land auf die Bilder gemalt wird, die möglichen Szenarien der Zukunft sind dunkler geworden, trauriger geworden. Und Findus zieht weiter und er kommt in das Land der Weisen, von denen werde ich dir jetzt noch nichts erzählen. Und er denkt schon, er ist angekommen, er ist am Ende seiner Reise. Doch dann erzählen ihm die Weisen, dass es noch ein Land gibt, das Land der vergessenen Gedanken. Und Findus geht dorthin und es ist von meinem inneren Auge sehe ich es als einen Spielplatz. Und die Gedanken, die dort spielen, sehen aus wie Kindergedanken. Und Findus denkt, sie werden noch ganz jung. Aber die Weisen erzählen ihm, dass das nicht stimmt, denn es sind die ältesten Gedanken, die Gedanken, mit denen wir auf die Welt gekommen sind. Aber wir haben sie vergessen. Das sind die Gedanken, die Vertrauen in uns auslösen, die Liebe in uns und für uns auslösen. Und für die Welt als solche. Das sind Gedanken, durch deren Augen wir die Welt so sehen können und dürfen, wie sie tatsächlich ist. Und auch das war und ist eines meiner Projekte in diesem Jahr, wozu mich auch der Podcast wieder animiert und aktiviert hat, dass ich dem nachgehe und das Buch weiterschreibe. Momentan ruht es. Es gibt noch irgendwas, was mir dieses Buch sagen will. Deswegen habe ich es noch nicht weitergeschrieben und noch nicht zu Ende geschrieben. Was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte mit dieser Folge und mit meinem wunderbaren Gedanken, was ist mir wirklich wichtig? Hab doch den Mut, es dich auch mal zu fragen. Was ist dir wirklich wichtig? Und mach dir keine Gedanken darüber, ob es um irgendwelche materialistischen Dinge gibt oder ob du jetzt irgendeinem Hype, der gerade aktuell ist, nachrennen musst damit, nur damit es sich gut anhört. Darum geht es nicht. Geh mal tief in dich und frag dich, was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Ich weiß, dass für meine Freundin es wichtig war zu leben. Tatsächlich und das Leben zu leben. Und das Leben zu lieben. Und ich bin dir dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte. Und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt an dieser Stelle bin, wo ich dir diesen wunderbaren Gedanken weitergeben kann. Und auch wenn es mich jetzt gerade so berührt und ein Stück weit traurig macht, weil du kannst dir vorstellen, so ganz sind die Trauergefühle noch nicht aus mir heraus. Und nein, ich brauche auch keine Hilfe, sie zu lösen. Ich möchte sie behalten, solange sie da sein wollen. Aber ich bin auch glücklich. Ich bin wahnsinnig glücklich. Und ich bin wahnsinnig dankbar. Ich bin dankbar für jede Folge, die ich habe aufnehmen dürfen. Ich bin dankbar für jeden wunderbaren Gedanken, der mir geschenkt wurde, sodass ich ihn dir schenken konnte durch meinen Podcast. Ich bin dankbar für all die Menschen, die ich treffen durfte, die ich vorher auch teilweise noch gar nicht kannte. Ich bin richtig, richtig reich geworden durch meinen Podcast und diesen wunderbaren Gedanken. Was ist mir wirklich wichtig? Und deshalb wünsche ich mir für dich, dass du ihn mitnimmst. Und du musst gar nicht so bewusst dir ständig diese Frage stellen, sondern ich habe sie einfach immer nur mitschwingen lassen. Einfach immer nur mit mir getragen. Ja, als hättest du einen kleinen Anker in deiner Hosentasche. Ja, so hatte ich sie einfach immer dabei und ich wusste, sie ist da und ich werde genau in den Momenten die Impulse bekommen, die mir wirklich wichtig sind. Ja, und das war nun meine sehr emotionale Rückschau auf mein Jahr mit diesem Podcast zusammen. Ich könnte die Folge noch länger machen, aber du weißt, zwischen 20 und 30 Minuten deiner Zeit mehr möchte ich dir nicht abverlangen. und deswegen danke ich dir von ganzem Herzen jetzt für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in allen Folgen, die du gehört hast. ich danke dir für dein Sein und dass du bist, wie du bist und dass es dich gibt auf dieser Welt. Und ich wünsche dir nun einen wundervollen Jahresausklang, genieße ihn in vollen Zügen und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du sanft, als würdest du auf Engels Flügen getragen in das neue Jahrzehnt 2020 ankommst. Und wir hören uns aber auf jeden Fall nochmal in diesem Jahr noch zweimal und ich werde dir das mit Sicherheit nochmal sagen, aber für den Fall, dass du diese Folgen dann nicht hörst, weißt du es jetzt schon, dass ich dir das wünsche. Und nun ja, wie immer, du weißt Bescheid, wenn du magst und dir hat diese Folge gefallen, dann freue ich mich, wenn du mir ein paar Sternchen dalässt, weil ich es so sehr mag, wenn es glitzert, das ist tatsächlich so. Und wenn du willst, abonniere meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist und dann hören wir uns wieder in den nächsten Folgen von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Carina Schimmel und ich sage Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Carina und ich suche aus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020